Was passiert als nächstes? Fragen sich viele nach dem Attentat von Nizza und dem Putschversuch in der Türkei. Zwei dramatische Ereignisse innerhalb von 48 Stunden. Damit herzlich willkommen zum Europa-Magazin, wie immer live hier im Ersten. Zur aktuellen Entwicklung schalten wir natürlich auch gleich in die Türkei. Der niedergeschlagene Putsch, ein Geschenk Gottes? So sieht es der türkische Präsident Erdogan und macht sich die Situation sofort zunutze. Verhaftungen folgen auf dem Fuß. Oliver Mayer-Rüth berichtet. Und in Istanbul begrüße ich unseren Korrespondenten Michael Schramm. Der Putsch war ein undemokratischer Akt, ohne Zweifel, und er wird zu Recht verurteilt. Aber was jetzt in der Türkei passiert, das macht auch keinen so wirklich demokratischen Eindruck. Trotzdem jubeln viele Türken Erdogan zu. Warum? Unter diesen Umständen in der Türkei haben die Kemalisten, also hat die Opposition jetzt überhaupt noch eine Chance auf eine demokratische Wende? Eigentlich gründet sich die Verfassung der Türkei ja auf diesen Werten. Vielleicht kurz noch, was meinen Sie? Ist der Türkei denn klar, dass sie sich damit wahrscheinlich jetzt politisch noch weiter von der EU entfernt? Demokratische Ordnung muss respektiert werden. Das sage nicht ich. Das twitterte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert zum Putschversuch in der Türkei. Die Frage ist nur, von welcher demokratischen Grundordnung sprechen wir hier, wenn der Präsident der Türkei selbst kaum den Eindruck macht, sich daran zu halten. Die Unabhängigkeit der Justiz ignoriert und von Meinungsfreiheit offenbar recht wenig hält. Tausende Beleidigungsklagen hat Erdogan initiiert. Sogar türkische Schüler sind nicht sicher vor Klagen ihres dauerbeleidigten Präsidenten. Oliver Mayer-Rüth berichtet. Als der Putsch in der Türkei passierte, da waren wir eigentlich gerade erst dabei, die Ereignisse von Nizza zu begreifen. Nach wie vor gibt es zu dem Terrorattentat auch sehr viele offene Fragen. Sie drehen sich vor allem um den Täter. Innerhalb kürzester Zeit, heißt es, soll er sich radikalisiert haben. Und vor seiner Tat soll er fast 100.000 Euro an seinen Bruder in Tunesien überwiesen haben. Nizza gilt als Hochburg radikaler Islamisten in Frankreich. Doch das alleine erklärt die schreckliche Tat dieses Mannes nicht. Meine Kollegen Annette Wagner und Michael Heussen haben in seinem persönlichen Umfeld recherchiert, in Tunesien und in Nizza. Ja, und in Paris begrüße ich unsere Korrespondentin Alice Fröder. Hilfloser Staat, haben wir gerade gehört. Und die Opposition in Frankreich, vor allem die Rechten, machen für das Attentat auch tatsächlich die Regierung verantwortlich, wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen, zu Recht. Der sogenannte islamische Staat, der macht sich die Tat inzwischen auch zu eigen. Gibt es denn Erkenntnisse dazu, ob er tatsächlich beteiligt gewesen ist? Angst vor dem IS, die herrscht auch im Irak. Viele Iraker fliehen, auch eine fünfköpfige Familie. Ihr Ziel war Deutschland. Doch auf der Flucht, da passierte etwas Unvorhergesehenes. Und Nura, eine der Töchter der Familie, verliebte sich in Mazedonien. Eltern und Geschwister reisten ohne Nura weiter. Sie leben nun in einer Flüchtlingsunterkunft in Österreich, während Nura ihr persönliches Happy End gefunden hat. Ein Happy End allerdings mit Hindernissen. Till Rüger berichtet. Ist Italien wirtschaftlich so gefährlich für die EU wie der Brexit? Jedenfalls herrschte diese Woche deutliche Nervosität in Europa, auch Sorge vor einer Ansteckung. Denn die italienischen Banken, die sitzen auf faulen Krediten in Höhe von schätzungsweise 360 Milliarden Euro und drohen durchzufallen beim Stresstest der EZB. Auch die Wirtschaft Italiens kommt kaum in Schwung. Es ist ein Teufelskreis und dazu bräuchten sie ja Kredite. Kredite, die die maroden Banken eben nicht geben können. Doch es gibt einen Trend, der trotz alledem ein bisschen Hoffnung macht. Angestellte, die ihre Firma selber retten, indem sie sie übernehmen. Nur dadurch konnte die Druckerei Zanadi in Padua zum Beispiel überleben. Michael Kadereit berichtet. Und ich sage Dankeschön für Ihr Interesse am Europa-Magazin. Jetzt das Nachrichten-Update zur Türkei in der Tagesschau. Und natürlich auch heute Abend im Weltspiegel, hier im Ersten um 19.20 Uhr. Tschüss und schönen Sonntag noch.